Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Braulhalla, diesmal zusammen mit Leon von der Gamerpraxis und Oliver, alias Ogggamer, von TheDireWolfs. Ja, ich weiß schon, auf wem man eingeht. Ja. Aber jetzt diesmal werde ich endlich mal die Map-Porting gewinnen. Komm. Okay, Moment, ich muss erstmal meine Helden auswählen. Okay, ich finde, ich fand den hier eigentlich ganz gut in meiner Aufnahme. Dann nehme ich den hier noch und den hier noch. Alles klar. Und? Ja? Äh, Leon, du musst starten. Ah, ja. Nein, ich wollte nicht random. Scheiße. Komm, komm, komm. Verdammt! So wie meine! Haha, okay. Na dann, attackieren wir mal. Warte mal, wer ist jetzt wer? Ich bin blau. Also bei mir. Ich bin gold. Ja. Ah, und dann bist du grün. Perfekt, dann weiß ich schon, wenn ich erinnere. Ach, nicht schon, wie dieser Scheißer mag. Wow. Nein. Jawohl. Wow. Wow, okay. Nein. Wow, wow. Wow, okay. Alter, ich krieg halt keinen Hit. Okay. Oh. Du bist ein Winkel. Ja. Okay, ja. Puh, wo bin ich? Ach da. Nein, nicht die Stachel. Oh, Mann. Jetzt krieg ich einmal die Stachelkeule. Und dann, oh. So. Ja. Alles klar. Er hat die Maps zu... Oh nein. Oh Gott. Das ist ja kacke. Oh. Ey, dieser Speer. Leon. Ja, der Speer ist kacke. Ihr seid kacke. Ja, ich bin auch kacke, das stimmt. Und? Du hast doch gestern den Beef angepasst. Ja. Du warst doch für den Beef zuständig. Ja, stimmt. Aber ich meine, das ist ja auch gerade meine dritte Runde, die ich spiele. Das entschuldigt nicht, was du in Card Against Humanity getan hast. Ja, das ist... Okay. Wow. Ey, Leon hat noch drei Leben. Hört mir gerade so auf. Ja. Oh. Und der hat noch nicht mal so viel Schauen genommen. Jetzt bin ich gerade wieder richtig Brain-Afk gewesen. Ja. Wow. Ich bin schon tot. Wow. Der PC ist so leicht zu besiegen, aber gegen andere Mitspieler ist es was ganz anderes. Wow. So. Sonst hört man ja auch kaum was, was ich sage. Mal ein bisschen leise gestellt. Lanze. Äh, das sehe ich noch an die Lanze Leon. Jetzt dir auch nicht mehr viel. Naja, sieht schon so aus. Ja. Sieht schon mal nice aus. Nein. Nein. Ich hasse mein Leben. Okay. Alter, easy win. Alter, drei Leben. Ey, immer so um einen Millimeter daran vorbeifliegen. Gut, jetzt kann ich auch mal den zweiten Charakter nehmen. Den dritten wirst du auch noch nehmen können. Das sage ich dir. Wie viel ist denn das bei dir ungefähr verzögert? Äh. Ich glaube gar nicht. Ja, es ist ja immer noch eine Runde drin. Genau. Ja, scheiß, wenn es bei einem verzögert wäre. Na, bei Arnold war es ja letztes Mal verzögert. Ja, aber ich glaube da will ihn auch. Ja. Wer wird gewinnen? Ach komm, und beide ist einfach von meiner Nase weg. Ich hasse den Speer so sehr. Ich liebe den Speer so sehr. Ach so, meine Zuschauer wissen jetzt aber natürlich noch gar nicht, was denn überhaupt passiert ist, äh, gestern. In der Aufnahme. Ja. Weil die Folge kommt erst am Montag. Nein. Jawoll. Wie gesagt, du wirst deinen dritten Charakter noch sehen. Alter. Oh. Oh, nein. Ah, das ist jetzt so unpfeffertig. Ich hatte voll. Uh. Nein. Nice. Ja, genau. Juhu. Ich habe den festen Eingriff und seien zählt, ne? Fünf Chaos. Ja. Du hast auch verdient gewonnen. Nein, nein. Muss man sagen. Doch. Hat er. Nein. Ja, du hast doch wenig, deutlich weniger K.O.s gemacht, also. Ja, und, aber ohnehin, jetzt hat Death fertig gewonnen. Ja, das stimmt wahrscheinlich auch. Ja. Trotzdem hat, äh, Oliver besser gespielt. Doch. Er hat, ja, er hat ja die Greedy Kills von mir abge... Ja, das stimmt auch. Ich mach dich die, ich mach dich drei Stunden. Er steht ganz rechts. Ich mach dich die ganze Zeit kaputt. Er greift ein. Boom. Letzten Shot und haut dich aus. Toll, wie ein K.O. Ganz toll. Ganz toll. Ganz toll ist fährisch. Das würde ich, war's auch gut. Du bist nie gestorben, deswegen. Weil ich immer bloß auf den Schwachen gegangen bin. Hä? Okay, schauen wir mal, dann sehen wir schon. So, komm jetzt bitte einmal. RANDOM. RANDOM. Alles klar. Kann ich einmal meinen Map kommen? Geht das doch noch weiter? Ja. Meins. Okay. 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 sagen gerade eben ja wir haben in der vorstellung so eine beide zwei mal gewonnen zwei mal verloren alles klar waren es nicht fünf runden und ich habe drauf und gewonnen das eine war die aufnahm wow 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 oh gott gerade so noch gerettet leon ich sag's dir mit einem feisbär mann okay das spiel ist mega frustrierend teilweise jawohl jetzt tönt ihn immerhin noch der fern ist wegen und er verreckt nicht mal wow 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 Und deine Hustzahn auf den falschen Wow! Alter! Badawum! Ach komm! Oh Gott Alter! Ich hoffe ich muss erst äh bisschen später gegen euch beide spielen Ja das dauert ja noch ne Woche Wups Wie wird dann eigentlich die Auslosung sein? Schon ne Ahnung? Okay Nein! Oh! Zum Glück Okay Wow! Der wird halt gar nicht Ich weiß Ich bin viel zu unter Power Ja Wenn man erstmal oberhalb eines äh eines Sperrkämpfers ist dann hat man anscheinend verloren Ja Ist einfach so Ja Okay Alles klar Nein Nein! Nein! Du lässt jetzt! Ich sagte aus! Einschlafen mit Schmackes und du bist weg! Hehehe 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 Nice one! Aber du bist halt auch gleich weg Aber du bist halt auch gleich weg Fallen Liga auf höchstem Niveau Alter Spielst du nur mit der einen? Mit dem Schwerd? Nee Nee nicht bloß Sind schon verschiedene Charaktere Jaja Weil sie sehen so gleich aus Ohhhh Wieso? Wow Okay Ja Unverdient gewonnen Du bist unverdient gewonnen Alter Du bist unverdient geboren Ja Ja man kann halt nicht immer gewinnen Ja Dann machen wir halt das hier mal Und So komm jetzt einmal Ja Jemand anders nimmt's auf Hehehe Ich Hehehe 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 Ja klar Ist klar Okay Ah Ich liebe das Spiel wieder Hehehe 2 1 Brawl Brawl Alles klar Waffen 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 Meine Ach komm und dann auch so ne scheiß Waffe Oh Oh warte mal Waffen So Oh Neun Jawoll 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 So Uhz Oh schade Uhz 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 Jawoll Kampfe Finger Kampfe Finger Kampfe Finger Kampfe Finger Lass dich in Ruhe Lass dich in Ruhe Ah mein Finger geht wieder Alter war das kurz unfair Ja Ja Jetzt gehen beide auf mich Was ist das denn Ja Nee Ey alter Hehehehe Sorry das geht nicht Oliver warte mal warte mal warte mal warte mal bevor du mich hittest Wenn wir ihn jetzt umso schneller vernichten Umso weniger kann er hier üben Umso weniger kann er im Turnier Und umso weniger ist der für uns beide ne Gefahr Wow Da hast du recht ja Was wird denn Ey alter jetzt Scheiße ich dachte ihr geht durch den Boot Au jetzt Er ist doch mal tot nimm ihn Ich hole euch nicht ihn Wow Komm her Komm her Nice Wuhu Hallo Hallo Hol ihn dir Ich hab ihn gekillt Au Nice Oh 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 Ups Ey Wow What? Alles klar Hat hier aber fairerweise auch den richtigen gerade getroffen Denn äh Ich hatte ja noch kein Leben verloren Perfekt Stachelkugel Wow Wow Oliver hat auch noch kein Leben verloren Das stimmt Nein Stachelkugel Wow Oh Danke Nein Wow sorry Oh Jetzt keine Gnade Hör mal auf gegen mich Oliver hat doch Ja ich weiß Wow aber du gehst doch auch gegen mich Wow und ich lauf einfach dagegen Nein Nein Komm Bleib da Wow Okay 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 Und er stirbt halt nicht mal So Und was soll der das jetzt Ich lebe immer noch Ja Ja Er hat noch zwei Leben töte ihn Ja mach ich auch Okay Oliver hat auch zwei Leben und hat mehr Leben als ich Ja Ja das stimmt Ja 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 Kleiner Gnade 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 Ne Ne Wow Danke Der kämpft doch Wow Hehehe Warte mal auf Hey du bist zu seiner Insel hin Du bist gleich eine Insel Wow Komm Wow Nice Wow Ey wenn du nicht gleich aufhörst dann hab ich bloß noch ein Leben Ich habe schon nur noch einen Ich habe schon nur noch einen Ich auch Halt doch die verfickte Preise Wow Nein Hehehe 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 Jawoll Hehehe Was? Oh ja ich hab zwar Leben Oh Hehehehe Hehehe Verdammt Hehehe 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 Wow Lame Mein Mikro ist runtergefangen weil ich die Tisch sind dann auch noch Hehehe Hehehe Alles klar Alles klar Nein Jetzt nicht mehr Ich hab keine Lust mehr Jetzt mach ich Okay dann geh halt raus Das waren doch jetzt die drei Runden die du wolltest Ja ich weiß Ich beende dann ja jetzt auch die Aufnahme Ich wünsche euch noch wieder viel Spaß bei meinen anderen Projekten Äh Leomon und Og Gamer Und Hehehehe Hehehe Okay nein Ich weiß schon auf welche Zwei ich aufs äh beim Turnier achten muss Ja Euch beide Ihr werdet leiden Hehehehe Ja ok Schaut noch bei meinen anderen Projekten vorbei Also bei meinen richtigen Projekten Und schaut auf jeden Fall auch bei Leon Bei von der Gamer Praxis Und von Ok Google Was kommt jetzt Nichts Ich wollte nur Ok Google sagen Alles klar Hehehehe Ok Oh man Tschüss Jetzt fängt das schon wieder an Ja ok Tschüss 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 Hä bei dir Das Zu dir hatte ich doch schon längst gesagt Ja Ok Glaub ich dem mal Das Beste kommt zum Schluss Also Tschüss Tschüss Ganz genau Tschüss Tschüss Wir sehen uns morgen wieder Tschüss 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 R Tschüss